Das Erfolgshonorar ist eines von verschiedenen Preismodellen von Unternehmensvermittlern. Im Normalfall ist das ein Prozentsatz auf dem erzielten Verkaufspreis, der erst bei Unterzeichnung vom Kaufvertrag, also beim schuldrechtlichen Verpflichtungsgeschäft, nachher fällig wird. Für den Auftraggeber ist das das angenehmste Modell, weil der Vermittler muss vom Projekt überzeugt sein und geht extreme Fahrleistung.